Das ist Snake. Kannst du mich hören? Wer ist denn das? Ja, kann ich gleich sagen. Aber kein Fred und keine Handriss schonmal, ne? Kein Gesang, kein nix. Das wäre aufgefallen. Es ist der Trapper, laut Waffensound. Der hat bestimmt die gleiche beschissene Daily wie ich. Lauf, 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 kein Sturm. Der hat auf jeden Fall eine Mech in dem Mangel. Macht irgendwo jemand einen Generator? Ich würde dazu schlafen. Ich bin gerade dabei, aber die Mech rennt an mir vorbei. Okay, dann guck ich mal wo ihr seid. Dann können wir den gemeinsam weiter machen. Ich bin in der Nähe vom Teppelin. Ach, hallo. Die Trappöse ist bei mir. Trappöse da. Links da wie ein Sack. Wie ein Babysack. Ja. Ja. Hast du jetzt gerade mich wirklich reichen? Nein, äh, es fing nicht direkt an. Deswegen hatte ich die Most-Taste nochmal losgelassen. Irgendwie war ich da ne kleine Verzögerung drin. Das heißt, Wendy, zu dir sollte ich jetzt nicht bekommen, weil der Trepper auch da ist. Wo? Bei mir? Ja. Nein. Achso, ich dachte, weil du gerade scheiße oder sowas gesagt hast. Also, er hat von mir abgelassen. Achso, nein, ich hab verkackt gerade, deswegen. Achso, ja, da komm ich natürlich nicht mehr zu dir. Du bist ein verkack'n Verkacker, Junge. Der ist eh nicht hier. Ich bin noch gleich fertig mit dem Tränen. So. Opa und Opa... 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 Opa und Oma sind zu Hause. Aber Steffi und Melissa war heute auch noch nicht mal hier, ne? Okay. Ja, weil ihr Mann ja hätte bis 7 Uhr, äh, arbeiten müssen, oder wie auch immer. Mann, der soll keine Ruhe lassen. Ohne Kiste, immer da. Nein, ist gescheckt versaut. Ohne Kiste. Ohne Kiste. Ohne Kiste, ne? Aber oh weh, der scheiße Feinsteller ist ja bei mir. Sag mal, bist du dumm, oder was? Lass mich doch an die Ruhe. Hey, das wollte ich machen. Zu spät. Halt, ich sag ihr dann auch noch so, ich sie ja... Das hätte man ja auch eher mal besprechen können. Sie hätte ja auch mit dem Bus fahren können, ne? Was meint sie? Nur, ja, kann ich halt. Du hast jetzt aber nicht die Palette in der Killerhütte versaut, oder? Ja. Vielleicht. Hat sie das jetzt mal wirklich getan? Dafür muss sie hängen. Ja, sie hängt gleich. Hängt sie höher. Weil er, wenn er sie zu lassen will. Der ist vielleicht paarungswillig, der Trapper. Oh ja. Er hat sie gestreckt. Voll. Ach, voll. Oh, Melia. 3, 2, 1, Risiko. Dank, Wim, Dank. Entschuldigung. Alles gut. Alles gut. Oh, Melia. Ich hab ja für die Vorlage gesorgt. Alles richtig so. Ja, verarschen. Jetzt kommst du wieder, oder was? Boah, ich weiß so, wie wir in der Schule saßen und nach diesem Scheiß Text gegogelt haben, weil er uns nicht eingefallen ist von diesem blöden Lied, ey. Rechts von mir zwischen den beiden Bäumen. Yes. I do see that. Okay, hat sich erledigt. Laufen. Komm, komm, komm. 360, bitch. Oh, der war nicht so schön. Da hängt ja jemand. Was ist das, dass du da hängst? Oh, 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 oh. You hurt me. You hurt my feelings. Wo hat denn eine Falle? Glaub doch nicht weiter bei mir rum. Glaub weg. Wo hat denn eine Falle? You hurt my feelings, Trapper. Oh, jetzt kommt er wieder, oder was? Da, wo ich stehe, oder was? Nein, nein. Ach so, drücker Rotter. Hier. Wo bist du hingegangen? Ich könnte dich heilen. Der Trapper hat sich nämlich gar nicht mehr für uns interessiert, ne? Ja, der Trapper interessiert sich gerade brennend für mich. Da bist du. Hallo. Ja. Wer versteht? Er ist hinter dem Ding. So. Jetzt darfst du mich wieder rutschen. Strapper, you hurt me! Da, wo uns keiner sieht, ne? You hurt my feelings! Ja, geil. Das ist sex, yeah! Und wie er sich freut. You hurt me! Ego, wo bist du? Stopp, stopp, stopp. Ich hätte da jemanden von meiner Kiste beigegeben. Oh, I botched it. I botched it. Ich hab hier eine geöffnet, aber hier brauchen wir noch eine. Hat von euch da jemand borrowed time? Äh, ja. Ich hab meinen D-Strike verkackt. Und dann gehst du abhängen, weil ich hab mein Boot time gerade aufgebrochen. Okay. ne Der macht gerade Falle in dir auf dicke Hose. Huhu, lolz. Der kommt doch schon wieder her, ey! Du kannst noch an einer neuen Ding gehen. Er legt eine Falle links von mir, außen, äh, an der Wand zwischen den Bäumen. Das habe ich gesöhnt. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs. Soll ich dich direkt heilen, oder? Ja. Ne, doch nicht. Er kommt wieder zurück. Er tunnelt nicht. Nee, doch nicht. Er geht auf mich. Okay. Aua! Ja, schlaf mich doch nicht, ey. Ich wollte halt auch nach Villa spielen. Ja, merk schon. Nanu, er hat mich verloren. Er geht auf den Mähdrescher hoch. Na, komm zu mir. Okay. Dann werde ich mich jetzt erst mal heilen. Hälst du sie mal bitte. Ich habe meinen D-Strike versaut. Ich bin jetzt im Zeppelin am Gin. Ja, ich bin ganz in der Nähe, wo Pazong was angegangen ist. Meiner ist auch schon halb. Ich werde hier mal eine Falle entschärfen. Ich habe ihn abgehängt. Jetzt kommt er wieder hier hin. Warum hast du die Falle hier entschärfen? Oh Gott, ich habe ihn doch nicht abgehängt. Gleich die nächste Falle legen. Halt an! Oh! Ich bin jetzt im Z-Strike. Dieser sei in dem Z-Strike. Da war doch auch schon jemand rein Oh oh, Vorsicht Doof, ne? Oh fuck Das ist nicht so gut Liegt da Trepper, you don't like me I guess Ah! Hell, it's done! Adrenalin, wie mies Furz Ich glaub er tunnelt mich gerade Kasu, das ist so legendär, wie ich's gesehen hab Er tunnelt mich Dem ist voll dem Hurenkind-Hit Scheiße Und wie er wieder den Kopf schüttelt Was ist denn? Hinter dir Kasu, der wird dich so was von becampen Ich hab leider kein BT Guck mal, ob ich das andere hier Naja, er bekämpft mich nicht Oder er holt nur ne Falle Nee, er geht zu mir Jetzt häng mich ab, häng mich ab, häng mich ab, häng mich ab Häng mich ab Alter, das ist so dumm Er macht Selbstheilung bevor er die Tür öffnet Mein zweiter Hook Ich mach die Ausgabe auf mir Ich kümmere das Störerüse um Zettel Ich bleib hier im Ausgang stehen Der Hinder-Ausgang ist jetzt auf hinter dir Yo Wenn ihr noch ein paar Sekündchen warten würdet Mit dem Anho- Ja, pass lieber auf, dass er dich nicht hittet Wenn mein Dead Heart voll ist, wär alles super Oder hast du BT Nee Eigentlich ja, aber Okay, mein Dead Heart ist gleich wieder voll Okay, lauf einfach, komm Es war eigentlich voll Nice Und vor allem ich kann nicht kriechen What the fuck is wrong with you? Duuuude Alles gut, geh raus Ich bin jetzt eh dead Ahhhh Wiggle, wiggle, wiggle Dat wird nischt Nee, 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 nee Er ignoriert Kazoo Was für ein Blödsinn, Alter Dead Heart war gerade voll, ey Krieg doch, krieg Das ist ja gut Das ist ja gut Jetzt fehlt's ja nur noch ein Stück Ich wollte extra ne kleine Schleife laufen Damit ich hinter dir bin Toll, jetzt hab ich meine Karte Meine ganzen Sachen Sehr Oh 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 Weiß, was sie auch gerne gemacht hat? Irgendwelche, äh, Sachen erzählt Oder, äh, erwähnt oder so Sie genau weiß, mir ist das unangenehm oder so Das hat die auch so oft gemacht, ey Das hat die auch so oft gemacht, ey Man, die weißt doch, wie du damals deine Tage bekommen hattest, als du die weiße Hose anhattest Oh yeah, nice Zum Beispiel, gut, ich hab zwar keine weißen Hosen, aber jetzt als Beispiel, ja, irgendwie, sowas in der Art, total bescheuert Ja, sehr nett Weil ich sag immer so bei meinen Freunden, was voll sinnlos ist, warum, warum Was erzählt man dann sowas irgendwie? Um die Familien Ja, voll sinnlos, ey Um sich, äh, um deine Kosten ein Spezies Wie ist denn das kein Spezies? Äh